willkommen zum kompletten flug von san lucia nach zwiedad ich bin willikopter und streame täglich auf twitch nach all den tutorials cockpit preparation triebwerk statt mcdu flypad flugplan über navi graus im brief autopilot machen wir nun kompletten flug und setzen alles um so da sind wir wieder angeschnallt oder auch nicht ihr wisst bescheid vorbereitung cockpit wir gucken nach oben externe bau und so machen wir wie die belieben passagiere wie gut leitest das zu bürg des bleibes auch hier auch hier auch sehr schön denn hier auch was was diese und die hausche schluss abgeschaut ein dreh super und damit wir später natürlich vergessen machen wir die auch gleich und starten unser flypad und das haben wir gelernt ne tutorial machen wir ein wunderbar das ist das ist das ist No problem und In Progress Warten wir und er ist fertig Sehr schön Das Und wieder kurz hier Das haben wir Dispatch View Wissen wir vom SimBrief Haben das ausgerechnet 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9 Und Let's go 5 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 6 0 5 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 6 5 6 6 7 7 7 8 9 6 6 7 9 10 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 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 2100 2100 2100 265 265 Soweit haben wir das jetzt auch ausgefüllt Wir wissen Bescheid, Meta Alle halbe Stunde Okay, great We're all missed done Wir haben noch 17 Positions left und dann passt das auch Wir haben jetzt auch gesetzt Alles gesetzt Super Flutplan Da gehen wir noch departure 1100 Insel 1 3 4 Und dann Da gehen wir Verschlein Wir haben eine Wir haben Wir haben Erein Ja ku 1,7, Cross Check, Check, 1,7, Check, ich passe durch Steigen auf 1,000, so, dann machen wir APU Start, click on, APU Green, APU, APU Start, starten wir uns APU, unsere lieben Passagieren sind an Bord, können wir die Tür schließen, wunderbar. Hi Captain, all passengers are on board and doors have been closed. Thank you. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking, and on behalf of myself, the first officer and the cabin crew, I'd just like to give you a warm welcome on board the aircraft. As you may have noticed, we've now closed the doors and expect to be departing in just a few moments. If you could get yourself seated and secured while we get ready for pushback, it would be most appreciated. If you require any assistance from the cabin crew, please press the button above your head, and be sure to listen to the safety briefing that we'll be playing in a few moments. You'll hear from me again once we reach our cruising altitude, but for now, once again, welcome on board, and thank you for flying with us. Pushback, sehr gut, release plug and brakes, plug and brakes release, pushback, pushback start, das passt, light set, reverse switch, all set, das ist super, start, kontrollieren, Unchained, start, zinder. Tutorial, Cockpit Preparation, und starten der Triebwerke. And two alive, and one alive. Engine number two, starting up. Sehr gut. I'm gonna worry, I'm gonna... It's a plus and dose, thank you. Ladies and gentlemen, on behalf of the crew, I ask that you please do rest your attending to the monitors above as we review the emergency procedures. There are six emergency exits on the aircraft. Take a minute to locate the exit closest to you. Note that the nearest exit may be behind you. Count the number of roads to the exit. Should the cabin experience having pressure lost, take calm and listen for instructions from the cabin crew. Oxygen masks will drop down from above your seat. Place the mask over your mouth and now... Hi Captain, the cabin is secure. All doors, contact, we're ready to go. That's great for you. Make sure that you're in masks on first before helping your children. This is an unlikely event of an emergency landing and evacuation. Leave your carry-on items behind. Flight wraps are located below your seats and emergency lighting will lead you to your closest exit and slide. We ask that you make sure that all carry-on luggage is stowed away safely during the flight. While we wait for take-off, please take a moment to review the safety data card in the seat packet in front of you. Thank you for your attention. We hope you enjoy the flight. Thank you for your attention. We hope you enjoy the flight. Thanks meanwhile. What about. Taxi light on,部分 on. What about. All set to taxi. sind wir uns ein kleines Parking Breaks Parking Breaks ist Taxi zur Runway Freilich wie ein cooler Flug so jetzt ist es speziale wir haben jetzt im weg das absetzen wir die strobe heißt nicht auf auto sondern damit wir auch jederzeit erkennt werden landing lights lassen wir noch auf Wir machen die Outroad runway 10, set parking brakes, parking brake set, machen die strobe lights ON und die taxi lights lassen wir auf Taxi. Check, da kommt niemand aufrecht, dann machen wir einen Backtrack, runway 10. und und line up parking brake set spoiler zone flaps wander 7777 radar on left side that's ok running right left extract on right extract on wing light on take off light to take off APU lead off APU off APU take off set then maximum 9000 wunderbar pass super take off check and all green no blue click for take off runway 1 0 release parking brakes and set chrono speed wait until speed alive speed alive cross check speed alive take off speed 100 100 100 rewind rotate positive claim gear up speed gear inside speed to climb taxi lights off APU set lane up date on north one two three one three two two three three two Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Meine Damen und Herren, wir starten mit einem drinken. Bitte bemerke, dass die Tray-Table in der Unternehmung ist, und klare, dass die Irons auf die Erlösung ist. Jetzt gucken wir noch mal nach der Wetter. 10.5, 2.6. Landing light left and right extract and on. Und die 250 Knoten, jetzt geht er runter, wunderbar. Cavern crew, prepare the cabin for London, thank you. Ladies and gentlemen, we are about to land. Please make sure you are here with your belt patterned and your trees in the offline position. Any return should be safely sold and remembered to turn off all electronic devices into last to land. Thank you. Wir kommen auf unser Wetter-Suit-Memberwerk, bitte aneinander. Das heisst, wir haben 10.5, starten ab. 10.5, press check. Und 10.5, check. Cavern crew, please take your seats, Holland. Thank you. So, let's see you guys. What is it? I will try it. I will try it. I will try it. 1.3 guys. 1.3. 2.3. 1.3. 1.5. 1,000 400 100 300 Minimum 50 40 30 20 10 5 Touchdown 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 11 11 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 19 20 20 20 19 20 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 21 21 22 22 22 23 25 Set Bargain Breaks, Bargain Breaks Set Text the light off if you click ON Engine Wunderbar D.C. Cabin crew doors to manual please Ladies and gentlemen from the cockpit once again I hope you enjoyed your flight with us today On behalf of myself the first officer and the cabin crew we wish you a safe and pleasant journey from the airport and hope to see you again soon, thanks for flying with us Cabin crew the aircraft is secure, please open doors, thank you That's it That was it Let's go to the passengers now I hope you had a nice flight from San Lucia to Cine de Tovega with the helicopter party pilot Don't forget the tutorials and other YouTube videos Don't forget the tutorials and other YouTube videos I stream daily on Twitch There is the link below And subscribe and like it See you next time See you next time See you next time Here is Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020